... Musik ... ... Musik ... Cool, oder? liebe Stadionfreunde, hier ist Musti. Ich bin wieder in Hannover. Dankeschön an alle, die geschrieben haben. Danke an alle, die nicht geschrieben haben. Ihr habt ja die Story gesehen. Ich wollte erstmal mit Rügenkopf darüber sprechen. Das ist bestimmt das vierte Mal, dass ich dieses Video neu aufnehme, weil jedes Mal irgendeine Information fehlt und ich möchte einfach, dass jeder weiß, was heute passiert ist. Denn das funktioniert nicht, Leute einzuschüchtern und darüber zu schweigen. So einer bin ich nicht und das werde ich auch nie sein. Ich habe mich auf dieses Spiel sehr gefreut und ich möchte euch eine Sache sagen. Wie behandelt ihr einen Gast, der zu euch kommt? Ich habe Nils und Iljas das erste Mal nach Magdeburg gebracht, damit sie die Stimmung sehen, erleben, was ich immer abgefeiert habe bis jetzt. Was ist die Aufgabe eines Vloggers? Die Stimmung zu filmen, deinen eigenen Kommentar abzugeben. Natürlich gibt es ungeschriebene Gesetze, die ich kenne, die ich respektiere. Was ist die Aufgabe der Ultras? Ihr Team zu supporten, auch wenn es mal nicht gut läuft, Choreos zu erstellen. Vielleicht zu protestieren, wenn irgendetwas nicht passt. Aber ist es auch die Aufgabe der Ultras, Menschen zu bedrohen, die als Gast in ihr Stadion kommen? Völlig neutral? Das glaube ich nicht. In dem Moment, wo ich Nils diesen Schlagruf von Magdeburg zeigen wollte, habe ich ihn aufgenommen und wollte einfach nur seine Reaktion darauf filmen, weil ich das bis jetzt immer abgefeiert habe. Dann kommt ein sogenannter Ultra völlig besoffen und fragt uns, woher wir herkommen. Das Interessante ist, dass um uns herum so viele Menschen filmen, da waren auch viele Hannoveraner. Der kommt direkt zu uns und fragt uns, woher wir herkommen. Dann kennst du uns, dann weißt du, wer wir sind. Und wenn du uns kennst, dann weißt du auch ganz genau, dass ich noch nie etwas Schlechtes über deinen Verein gesprochen habe. Nur Positives. Dein Verein hat mir die Türen geöffnet und hat mich durch das Stadion geführt. Von deinem Verein gibt es viele Menschen, die mich mögen. Aber die Sympathie wurde heute zerrissen wie ein Blatt Papier. bis jetzt habe ich immer jeden respektiert, aber heute wurde auf jeden Fall eine Grenze überschritten. Und das Foto von diesem sogenannten Ultra leite ich dem Pressesprecher weiter. Was die dann machen, ist ihre Sache. Mich interessiert das nicht mehr, weil ich werde ab jetzt nicht mehr nach Magdeburg kommen. Das wird nicht mehr passieren. Dann habt ihr das erreicht, was ihr wolltet. Könnt ihr euch freuen und dabei was auch immer machen. Und dann sagt ihr zu mir, wenn du hier jetzt weiter filmst, dann passiert das hier. Ja, also ich weiß nicht, ob das Menschenleben so einfach ist, ob man so Gäste behandelt. Und ich weiß nicht, wenn Block U sowas vertretet, dann bin ich da eh schon weg. Sowas supporte ich überhaupt nicht mehr. Ich werde auch wie gesagt nicht mehr kommen. Ich werde auch keine Videos mehr bei euch erstellen. Und keine Angst, der Blog wird kommen. Jetzt werde ich ihn extra bringen und ich werde von eurem Blog keine einzige Szene zeigen. Und das ist dann so gesehen mein Protest an euch. Jedenfalls danke ich an Manuel Heuchert, dem Pressesprecher von Magdeburg, der uns dann aus diesem Blog erlaubt hat, rauszugehen. Als wir rausgingen, waren die ganzen Treppen voller Hooligans von Magdeburgern, Braunschweigern, BFC oder C oder was auch immer. Da bin ich froh auch, dass das alles noch gut funktioniert hat. Ja, ich möchte noch vieles sagen, aber ich möchte nicht. Ich möchte einfach den Verein nicht schaden. Ich bin auf jeden Fall menschlich sehr enttäuscht. Dieser ganze Hass, ich weiß gar nicht, warum der überhaupt so entstanden ist. Dieser Hass ist auch teilweise auch auf einige Spieler rübergegangen, die mich entfolgt haben. Keine Ahnung, ob die Ultrasi auch eingeschüchtert haben. Aber jeder muss selber wissen, was er tut. Jeder, der mir Gutes tut, dem tue ich auch Gutes. Jeder, der mir was Schlechtes wünscht, auf den scheiße ich einfach. Tut mir leid an alle Fans, tut mir leid an Kolle, tut mir leid an Micha, an Thorsten, den alten Stadionsprecher, tut mir leid für Stefan. Tut mir leid für alle, die sich das anhören müssen. Aber das ist meine Entscheidung und das war's für mich. Ansonsten, ich würde den Vlog nicht großartig bearbeiten. Ich habe auch ehrlich gesagt gar keinen Bock. Ja, das war's. Ich möchte nicht mehr viel sagen. Auf Wiedersehen. Ciao. Hallo, liebe Stadionfreunde, herzlich willkommen. Ich bin gerade in Brüssel, vor nicht mal 24 Stunden war ich in Frankreich und gleich fährt mein Bus nach Hannover. Ich bin wie eine lebende Leiche. In Hannover bin ich auch nur ein paar Stunden und danach geht's ab nach Magdeburg. Er wartet nicht viel von mir. Wir sehen uns. Es ist fast halb zwölf und wir sind jetzt endlich in Hannover angekommen. Ja, in gut sieben Stunden geht's auch dann leider weiter, muss ich sagen. Ich würde lieber ausschlafen. Schauen wir mal, wie der restliche Tag ablaufen wird. Guten Morgen, liebe Stadionfreunde, ich bin wieder in Hannover und ich komme ein bisschen zu spät. Ich gehe jetzt zum Hauptbahnhof, treffe mich dort mit Ilias und dann holt uns Nies beim Hämmeler Wald ab. Dann geht's Richtung Magdeburg. Ich bin heute in Weiß. Die Farben des Friedens. Ich hoffe, dass es heute friedlich so geht. Ich habe seit zwei Wochen versucht, meine Tickets umzutauschen. Hat nicht funktioniert. Egal, dann ist das halt so. Bis jetzt heute in Block zwölf. Ich habe einiges gehört, was da alles so passieren soll. aber ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Also, bis gleich. Yes! Hey, was geht? Was geht? Gut. Hier steht schon der Sonderzug bereit nach Magdeburg und wir warten hier auf unseren normalen Zug. So, wir sitzen jetzt im Zug. Ilias ist auch bereit. Wir sind jetzt bei Hämmeler Wald angekommen und ich sehe schon Nils die Tickets. Also, für Nils und mich hat ja Keule besorgt und Keule sitzt aber nicht neben uns. Immer wenn Keule neben uns saß, hat Magdeburg nie verloren. Aber Nils sitzt neben mir und immer wenn Nils neben mir war, hat Hannover immer gewonnen. Deswegen wird das heute ein sehr interessantes Spiel. Hello, mein Lieber. Hi, Nils. Hi, Nils. Kommt. Ich hatte euch ja versprochen, dass die drei besten Instagram-Kommentare vorgelesen werden, aber ihr wisst ja, ich bin heute nicht so gut drauf. Zu wenig schlaf, deswegen blende ich hier die Kommentare einfach ein. Aber ich weiß, Platz 1 war 96. Bei dem ist das egal, was er schreibt, es wird immer gleich bei ihm. Bienvenue in Magdeburg. Sorry, aber ich war erst gestern in Frankreich, deswegen kann es sein, dass heute noch einige französische Wortlaute von mir rauskommen, so wie bienvenue, oh la la, oder Trebiere, oder Le Soleil. Das Wetter ist sehr sonnig, in Hannover war es leicht regnerig, also das Wetter passt schon mal. und wir begeben uns jetzt zum Parkplatz, dort treffen wir Keule. Er gibt uns dann die Tickets und dann gehen wir alle gemeinsam zum Stadion freundschaftlich, in Frieden. Ich hoffe, dass heute nichts Negatives passieren wird, denn am Ende wollen wir alle nur zusammen Fußball schauen. Bis gleich. Dankeschön an den Partyservice, Nils hat uns schon mit Getränken versorgt und ich habe noch nichts gefrühstückt und das schnappe ich mir natürlich auch. Vielen Dank. Gerne. Ist mit Frischkäse und Käse oder Butter. Geil. In diesem Sinne, guten Appetit. Hallo, lieber Frederik. Was ist dein Tipp für heute? Ich tippe ein 2-1 für Hannover oder ein 3-1. Okay, und was meinst du, wer schießt die Tore? Vogelsammer und Resoldi. Ah, sind wir gespannt. Dankeschön für deinen Tipp. Und vielleicht Neumann, wenn es 3-1 ausgehen würde. Ja. Mal schauen. Auf bei Top. Du wirst es ja dann sehen. Was ist deine Prediction für heute? Ein 2-0 für Hannover. Wer schießt die Tore? Nicolo Tresoldi und Seymour Roja. Ne, jetzt was sagst du? Ich sage, es wird ein knackiges 3-0 für 96. Ich sage, auch Tresoldi wird treffen. Bin auch der Meinung, Vogelsammer wird auch einen reinmachen und das 3. Tor habe ich von mir gesagt, Hals da. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Hallo, lieber Keule. Morgen. Da sieht man sich mal wieder. Hi. Du warst in Frankreich. Hallo. Super. Hier das ist Nils. Genau. Jetzt haben wir die Tickets erhalten und wir machen uns jetzt gemeinsam auf den Weg zur MDCC Arena. Keule, was ist dein Tipp überhaupt für heute? Ich würde mich freuen, wenn Magdeburg gewinnt. Ich glaube aber, dass Hannover 2-1 gewinnen wird. Okay, interessant. Wirklich leider. Interessant. Ich sammle ja schon seit zwei Tagen Stickers und jetzt habe ich hier meinen, ja, nicht ersten, aber zweiten Magdeburg-Sticker auch bekommen. Ja, jetzt muss ich nur mal ein paar Hannover-Stickers noch bekommen. Wir sind jetzt im Stadion angekommen und machen uns auf den Weg zum richtigen Eingang. Wir nähern uns immer mehr unseren Plätzen. So, Ilyas, Pyrus, hast du dabei? Nee, ich habe keinen, ich bin Pyrus. Nils, du? Wir sind jetzt bei unseren Plätzen. Hier ist Nils. Dort ist Ilyas, dort sind die Gästefans. Aus, aus! Aus, aus! 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 Wow, einfach so mega, was für eine Auswärtsunterstützung. Normalerweise sitze ich immer in diesem Bereich, aber wie gesagt, heute hat es nicht funktioniert. Ich bin heute auf jeden Fall sehr gespannt drauf, wie Nils Reaktion auf den Block U sein wird. Ihr wisst ja zu Beginn, wie jedes Spiel ist, haben sie ihren speziellen Ruf. Da bin ich auf Nils Reaktion besonders gespannt. Ich bin auch sehr gespannt auf dieses Ruf. Ihr kennt ja aus Mustis Videos. Von daher, heute vor Freude, das mal live zu hören und zu sehen. Grüße gehen raus an Morgan. Bier, 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 Bier! It's okay! Bill, diese Frisur musst du mir aber mal erklären. Wir mussten unsere Plätze tauschen. Es ist hier einiges passiert, was nicht passieren sollte. Aber darüber spreche ich erst nach dem Spiel. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass nicht alle Magdeburger so sind. Es gibt hier auch sehr viele korrekte Magdeburger. Ich weiß nicht, dass alle, was nicht passieren musste. Ich weiß nicht, wie sie nicht sind. Wir müssen die Mascha auf eine Stelle verrunden. Und das ist einfach so. Ich weiß nicht, wie sie nicht sind. Ich weiß nicht, wie sie nicht sind. Ich weiß nicht, wie sie nicht sind. Das war ein bisschen zu einfach für den Elfmeter. Wir sind hier wieder bei den Mictionären. Alles nochmal richtig sauber aufgestellt wurden. Genau, alles schön beschriftet. Jetzt steht 1-0 für Hannover. Das war ein bisschen zu einfach. 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 Ein kleiner Fehler reicht hier, um das 1-1 zu rücken. Auf beiden Seiten. Super geschossen und super gehalten. Nächste Chance für 96. Jetzt kommt nochmal Magdeburg. Es könnte gefällig werden. Abseits. 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 Zu früh gefreut. Ja, hier wurde auf Abseits entschieden. Ich habe schon Richtung Missionäre geguckt, um den Jubel einzufangen. Aber ja, es war kein Tor. Aber der Videoassistent schaut nochmal nach. Die erste Halbzeit endet mit einer 0-1 für Hannover 96. Und ja, ich versuche jetzt mal ein bisschen runterzukommen. Wie gesagt, es sind einige unzählige Sachen passiert hier. Es ist Halbzeitpause. Das Spiel ist noch sehr offen. 96 hatte einige Chancen. Magdeburg tut sich sehr schwer beim Aufbauspiel. Aber das ist ja eine allgemeine Sache, was in ihrem Spielsystem ist. Ich werde nicht so viel aufnehmen heute. Ich werde mich heute kurz halten. Ich würde euch sehr gerne zeigen, die Chorea von Hannover. Die tolle Show von den Magdeburg-Fans mit ihrem Gesang. Aber leider wurde uns das kaputt gemacht. Deswegen, ich hoffe, dass das für euch so in Ordnung ist, dass ich auch immer so einen Block mache. Ich würde einigen anderen Freunden fragen, die auch hier im Stadion sind. Vielleicht kann ich kurz die Chorea von Hannover einmal einblenden. Ich würde mal sehen. Ich würde mal sehen. Ich würde mal sehen. Keule ist gerade neben mir. Ihr wisst, was das bedeutet, wenn er mal neben mir ist. Das wäre es doch jetzt. Keule, du hast jetzt die Wahl, ob du jetzt neben uns bleibst. Da wird Magdeburg nicht verlieren. Vielleicht gewinnen. Oder du gehst wieder zu deinem Platz. Ich habe schon angesprochen, dass ich erst mal hier stehen bleibe. Okay. Was machst du, wenn Magdeburg einen Treffer macht? Letztes Mal bei uns Liegestütze. Genau. Ich lade was vor. 30 Liegestütze. Die Werte gilt. Yes. Du musst hüpfen. Eine ganz explosive Mischung. Mit Nils dabei gewinnt Hannover. Wenn Keule dabei ist, hat Magdeburg gewonnen oder Unicin gespielt. Jetzt stehen sie ganz weit nebeneinander. Nächste gefährliche Aktion für 96. Zuerst nicht mehr. Nein. Beautiful. Das war normal. Nächste BUTTIM. Das war nochmal. �imentos nicht genau. RWANYER-JUHR比J rich. Jammer. Schön, Days unwoofer. Oh mein Gott. 0 zu 2 für Hannover, ich muss sagen, also anders zugeben, das war wirklich ein krankes Vorhaben. Die ersten Magdeburger Fans gehen nach Hause, finde ich sehr schade. Sollte 90 Minuten auf jeden Fall sein Team unterstützen. Es ist auch eine Art des Protestes, aber da sollte wirklich nichts sein. Ruhige mal. 2. 2. 4. 4. 4. 6. 6. Nach dem zweiten Tor von Hannover hat Magdeburg hier komplett aufgehört zu spielen. Viele Fans sind auch gegangen und die Spieler haben auch total abgeschaltet. Ja, sieht danach aus, dass dieses Spiel gelaufen ist. Und da gehen schon die nächsten Magdeburger Fans verlassen das Stadion. Ja, sehr traurig. Ein sehr, sehr trauriger Abend insgesamt. Hannover gewinnt die 13-0 und wir gehen jetzt ganz schnell hier raus für unsere eigene Sicherheit. Nachher werde ich auch noch ein paar Worte zu Manuel sagen. Er war für mich auf jeden Fall heute der hälfte Stadion.